Welche ist die beste Augenlesermethode? Das fragen mich häufig die Patienten und eigentlich die Antwort ist immer die gleiche. Es gibt keine beste Methode im Bereich der Augenleserchirurgie. Es gibt immer die bestangepasste Methode für jeweiligen Patienten. Es gibt Patienten, die zum Beispiel Kampfbuch oder Boxen betreiben, bei denen kann ich keine Schnittmethode anbieten oder zumindest keine Femto-Lase-Methode anbieten. Da würde ich entweder die Smart-Site oder die Trans-BRK, das heißt ohne Schnittmethode anbieten oder es gibt Patienten, die direkt am nächsten Tag so schnell wie möglich sehen müssen oder wünschen und dann ist in dem Bereich nur die Femto-Lase beziehungsweise auch Smart-Site möglich. Ich lade Sie herzlichst ein, den Selbst-Evaluation-Test auf unserer Seite durchzuführen. Durch diesen Test können Sie herausfinden, grob herausfinden, ob Sie für eine Augenleserbehandlung geeignet sind und dann natürlich auch, wenn Sie für eine Augenleserbehandlung geeignet sind, welche Methode das sein könnte. So, Sie schauen, wie Sie sind. Schiss, aber zum Beispiel uns oder auch Powers belehem. Untertitelung des ZDF, 2020